Hallo. Ja, hallo. Assalamu alaikum. Hallaikum, hallo. Schwester, wie geht's dir? Ach, uns geht's gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wir wollten heute kurz mit dir über deine Konvention reden, ja? Ja. Okay. Also, du bist überzeugt, dass niemand das Recht hat, angeboten zu werden aus Allah. Du darfst keinen anderen anbeten aus Allah. Ja. Und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Ja. Alhamdulillah. Okay, dann spricht mir nach. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Yulazah. Wa. Wa. Anna. Etlam. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Allah. Allah. Alhamdulillah. 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 Ja, Alhamdulillah. Für den Islam. Der Islam berührt einen. Und macht das Herz weich. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, die Schwester ist am weinen. Subhanallah. Das ist gerade für sie emotional etwas schwierig. Alhamdulillah. Möge Allah dich segnen, Schwester. Alhamdulillah. 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 Ja, Schwester. Du bist zum Islam gekommen. Hat dich denn irgendjemand zum Islam gebracht? Hat dir jemand irgendwie erklärt, was der Islam ist, sodass du den Islam angenommen hast? Ich hatte früher einen Freund, einen Bekannten, den Muslimisch war. Ja. Ich war früher unverheilter mit einem glücklichen Mann. Ja. Ja, das merken wir, MashaAllah. Was zu mir Islam gebracht hat, war ich zum Internet den Kaaba gesehen. Ah, MashaAllah. Als du die Kaaba gesehen hast, ja? Und ich war auch bedanend. MashaAllah. MashaAllah. Alhamdulillah. Möge Allah euch segnen. Ihr werdet, Inshallah, dann von uns ein Zeugnis bekommen, dass ihr den Islam angenommen habt. Ja. Und dann werdet ihr auch, Inshallah, ein Starterpaket von uns bekommen, ja? Ein paar Bücher, Alhamdulillah, und so weiter, dass ihr ein bisschen was zu lesen habt, Inshallah, okay? Möge Allah euch segnen, euch beschützen. Okay, Schwester, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Alles klar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Also, wasser. Alles klar, er, imaadiyah. Untertitelung des ZDF, 2020